Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Community, hier ist wieder Chrissy Schnissi und nein, wir werden kein Let's Play vom LS22 machen, nein, 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 heute mal ein Aufruf. Als ich seinerzeit angesprochen habe, dass ich einen Root-Server organisiere, auf dem wir alle möglichen Game-Server drauf laufen lassen, da haben ganz viele Leute geschrieben, hier, 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 ich bin dabei, ich bin dabei. Und ja, am ersten Livestream dann, erster Test des LS22-Servers auf dem Root, hat wunderbar funktioniert, da waren noch ein paar Leute da. Jetzt ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen, das heißt, wir haben hier die Karte Erlengrad, die wir aktuell spielen, wir werden natürlich zeitnah auf eine Vierfachkarte umschwenken, je nachdem, welche dann rauskommt und uns gefällt. Wir haben schon eine Handvoll Mods, es gibt auch einen Link zu den Mods, das heißt, ihr müsst die nicht zusammensuchen, ihr könnt die alle vom Server runterladen. Und ja, wir suchen Mitspieler, wir haben eine LPG Tierproduktion, LPG Pflanzenproduktion und ein VW Holz- und Bretterwerk, das heißt, wir haben die Tiere, wir haben die Pflanzen und wir haben das Holz. Wir brauchen für die Tiere und das Holz auf jeden Fall noch Mitspieler, aber auch in der Pflanzenproduktion suchen wir noch Leute, die uns unterstützen. Wie gesagt, ich bin hier gerade bei der Feldbearbeitung, aktuell walzen wir und ja, wir haben hier auf unserem Feld, nur mal, lasst mich gucken, 9 und 10, die haben wir ja zusammengeflügt, da haben wir jetzt Zuckerrüben drauf, die müssen wir jetzt walzen. Also es gibt viel zu tun, wir haben schon einige Produktionen, ich kann euch ja mal zeigen, wir haben hier schon einige Felder gekauft, ja, 8, 9, 10, 13, 11, 12 und so weiter und so fort, das fehlt nicht mehr viel. Die Tierproduktion hat sich hinten auch schon aufgestellt mit Schafen, Kühen und so weiter, die brauchen auch immer noch Unterstützung hier für die Wiesen und alles. Und hier haben wir die Holzproduktion, da ist auch schon ein Wald gewachsen, aber die Leute, die Holz hier bei uns machen wollten, sind dann verschwunden, also wollen hier nicht mehr mitspielen, weiß ich nicht, keine Ahnung, hier sind die Holzwürmer. Wie gesagt, wir spielen halbwegs realistisch, das heißt, wir wollen nicht sheeten, wir wollen nicht uns bescheißen, sondern wir wollen Spaß am Spiel haben. Aktuell jetzt, wie gesagt, auf Erdengrad, aber wir werden natürlich weiter wechseln dann, wenn die entsprechenden coolen Karten draußen sind. Ja, und hier kommen wir jetzt eigentlich noch klar so weit, aber wenn wir natürlich dann große Karten spielen, ist das schwierig zu viert. Wir sind im Moment vier Leute, wie gesagt, 16 Plätze haben wir, ihr könnt euch also bewerben sozusagen. Einfach unten in der Videobeschreibung ist ein Link zum Discord, da draufklicken, da reinkommen, Krissi, Schnissi ansprechen oder einfach auch in den Voice-Chat reinkommen, denn die Jungs sind ganz oft jeden Tag im Voice-Chat von LS22, da könnt ihr einfach dazustoßen, einfach reinkommen, einfach Hallo sagen, wenn ihr Bock habt mitzuspielen. Die Mods kriegt ihr von uns, ihr bekommt auch Zugang auf den Server, könnt ihr jederzeit spielen, ohne alles, ohne irgendwelche Probleme. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, weil wir haben ja auch schon einige Produktionsketten, also wir haben eine Mühle, wir haben 1000 Gewächshäuser, wir haben eine Ölmühle, wir haben also in der Pflanzenproduktion jetzt eine Düngerherstellung, die Zuckerfabrik haben wir schon, also da ist ordentlich Arbeit, die da so auf uns wartet, Wasser fahren und so weiter und so fort. Ja, also wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann meldet euch einfach. Wie gesagt, wir haben auch so coole Mods drauf, wie das, naja, wie heißt es denn, GPS, würde man es ja nicht nennen, sondern Enhanced Vehicle Control, das heißt, wir haben aber auch das GPS drauf, wir haben alle möglichen Mods drauf, seht ihr ja dann in der Mod-Liste. Ja, also, wenn ihr Bock habt, meldet euch im Discord, wir quatschen ein bisschen und dann gucken wir mal, ob ihr Bock habt mit uns zusammen zu zocken und dann sehen wir uns dann im Spiel, würde ich sagen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, wer mitspielen will, einfach melden Discord unten in die Videobeschreibung und dann quasi mal ein bisschen, ne, also, haut rein, macht's gut, tschüss, euer Chris.